Ich glaube, ich bin auch noch nie mitgefahren in einem Elektroauto. Ich hatte noch nie ein Elektroauto. Let's go! Mein erster Eindruck hat nicht getäuscht. Der zweite Eindruck nach einer Woche fahren. Sehr bequem, angenehm. Sehr schön. Es ist wirklich sehr angenehm. Das Fahren für sich ist angenehm. Am liebsten von diesem Auto habe ich den Travel Assistant. Das ist nicht schlecht. Durch die verschiedenen Zusatzfunktionen, wie er die Distanz hält, dass er nicht nur ein Tempomat drin hat, sondern auch den Waben bremsen. Das ist sehr angenehm und gibt ein sicheres Fahrgefühl. Was ich noch cool finde, wenn du im Einsatz bist, kannst du den Betrieb des Autos anschauen, weil es ein Widerstand ist. Und du hast eine App, die heißt MyScode. Wenn du reingehst, dann siehst du, wie viel Prozent du hast und wie lange noch bis zum Vollgeladen ist. Das Lieblings-Feature ist ganz klar das Tablett, sage ich jetzt einmal so, wo man alles einstellen kann, reglieren, wie man es gerne hat. Also, sind wir das Wortlaufen angekommen. Das ist gut gegangen. Und jetzt haben wir geglaubt, dass wir eine Ladestation brauchen, weil das von Solaranlagen kommt. Das können wir gut brauchen. Das Highlight des heutigen Tages war, dass wir gut und schnell über Mittag problemlos die Akku aufladen konnten. Es ist alles positiv. Ich bin mega happy und ich bin froh, dass ich so ein Auto habe.